Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön hast du wieder eingeschaltet. Ich bin aktuell mein Kosmetikstudio, etwas umzudekorieren, umzugestalten. Über das mache ich dann auch noch ein Makeover, damit es einfach ein bisschen Frühlingsfrischere ist, wieder neue Ideen reinzukommen. Aber alles was ich hier auch gestalte, umändere oder DiGs mache, kannst du zu Hause also auch anwenden. Und heute möchte ich dir zwei Inspirationen mitgeben, die sehr einfach sind, die sehr günstig sind und die vielleicht der eine oder andere wirklich auch gerade zu Hause haben. Beim ersten geht es um Industrielampen, so die aus dem schwarzen Trot, die so sehr modern immer noch sind. Und ich möchte das einfach ein bisschen abändern, ein bisschen den Boho-Style, der jetzt auch gerade sehr aktuell ist und ich finde, das ist auch so ein bisschen Sommerstimmung und erinnert mich an die Ferien und das möchte dich auch ein bisschen ins Studio reinbringen oder eben bei dir zu Hause. Da gebe ich dir auch einen Tipp, ich habe eben diese Lampe und habe dann Hanfseil genommen. Und Hanfseil ist in der Bastelabteilung immer sehr teuer. Ich hole das immer in der Gartenabteilung. In der Gartenabteilung findest du diese Seile auch, meistens in grösseren Mengen und wesentlich günstiger. Also das ist schon nochmal ein Tipp und dann wünsche ich dir viel Spass dabei. Ich hole das ein Tipp. Michael Dunkel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Teppich, der ideal ist um zu funktionieren. Wenn du kein Füllmaterial hast oder nicht zwingend möchtest kaufen, gebe ich dir den Tipp, fülle doch dein Kissen mit alten Lindtücher, Frottenwäsche, Pullover, was du gerade zu Hause hast. Du kannst die auch auseinanderreissen. Dann ist das Kissen etwas fluffiger und wenn du es im Ganzen drin tust, dann ist es etwas kompakter. Also das ist auch ein Tipp, der dich einfach nichts kostet. Wünsche ich dir viel Spass dabei. 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 Ich hoffe es ist für dich eine Inspiration gewesen. Du hast ein wenig etwas mitnehmen können. Wie gesagt, es sind ganz einfache Sachen, die wirklich jeder zu Hause machen kann. Und die praktisch fast kein Geld kosten. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich würde mich sehr freuen über ein Like oder wenn du den Kanal abonnieren möchtest. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Dann gebe ich dir sehr gerne Antwort. Dann würde ich sagen, das ist es gewesen, fast. Es wird wahrscheinlich nächsten Sonntag wieder ein paar DIGs geben, was ich in den letzten Tagen gemacht habe, um dir eine Inspiration mitzugeben und dich zu motivieren, vielleicht auch etwas zu Hause zu verändern. Also bis dahin, eine ganz schöne Zeit. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten, genieße die Saunen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.